Moins Driverinos, das Thema E-Scooter per Solaraufladen, egal ob unterwegs oder stationär, ist heutzutage so einfach wie noch nie. Ich selbst nutze seit über fünf Jahren die sogenannten Powerstations. Seit mehr als vier Jahren bin ich ja auf YouTube aktiv und mein erstes Video auf Technology Live war ein Video gewesen, wo man mit einer mittlerweile in die Jahre gekommene Powerstation seine Reichweite eines E-Scooters unterwegs verlängern kann. Denn damals waren die Akkus in den E-Scootern nur so 260 Wattstunden groß. Und da war so eine Powerstation mit 400 Wattstunden locker flockig dazu imstande, den E-Scooter einmal komplett aufzuladen und sogar noch mehr. Und wenn man unterwegs Solar oder Akkus angeschlossen hatte, konnte man dementsprechend natürlich die Reichweite verdrei- oder vervierfachen, was extrem krass war. Und zu Hause konnte man den sogar ganz normal aufladen über Solar und musste dafür nicht mal was bezahlen. Also mich haben diese Solargeneratoren schon immer total weggekickt. Und mittlerweile gibt es davon natürlich wie Sand am Meer Powerstations. Und ich will euch da so ein bisschen helfen, so den Durchblick zu gewinnen. Ich nutze mittlerweile diese hier in Kleinformat, diese in etwas größerem LFP-Format und die alte Powerstation aus diesem Video, die lebt sogar auch noch und betreibt heutzutage noch einen USB-Charger. Allerdings sind die von All Powers ein bisschen moderner und deswegen so in meiner Hauptverwendung drin. Ich will euch heute mal mitgeben, welche Art von Ladegeräte ihr an den unterschiedlichen Geräten nutzen könnt, wie die so genutzt werden können und so weiter und so fort. So einen kleinen Einblick, was so für euch im Use Case irgendwie sinnvoll ist. Das Wichtigste, was ihr euch fragen müsstet, beziehungsweise müsstet, wäre, wie wollt ihr mit dem Thema Solar umgehen? Wollt ihr damit einfach so einen Solargenerator haben, womit ihr zu Hause ein bisschen Energie aufladet und am Wochenende damit ein bisschen rumdüstet und nur die Reichweite vergrößert? Wollt ihr damit zu Hause stationär agieren? Was wollt ihr damit tun? Wir wollen uns mal die unterschiedlichen Powerstations anschauen, die ich besitze und wie ich sie einsetze. Und dann wollen wir uns nochmal Äquivalente dazu anschauen, die es so ein bisschen besser machen. Denn davon gibt es mittlerweile auch teilweise Upgrade-Versionen und Co. Allerdings will ich jetzt nicht zu viel hin und her schnörkeln. Ich würde sagen, wir springen einfach mal ganz lockerflockig in das Thema rein. Es gibt so die kleinsten Versionen, die haben so hier 154 Wattstunden. Damit könnt ihr in der Welt der E-Scooter heutzutage, wo man so 800 Wattstunden Akkus und Co. hat, natürlich gar nichts mehr reißen. Das ist ganz nett, um irgendwie ein bisschen Laptop zu betreiben und Co. Um ein bisschen damit reinzublicken vielleicht, irgendwie wenn ihr auf Festivals unterwegs seid und Co. für unsere E-Scooter-Welt heutzutage allerdings nicht mehr so sinnvoll. Sinnvoll wird es ab dieser Powerstation-Größe. Hier haben wir 288 Wattstunden. Das wäre in der Theorie schon eine Reichweite, womit man leben kann, wenn ihr einen E-Scooter aus der kleinen Gruppe habt. Kleine Gruppe wäre alles unter 480 Wattstunden größer ein E-Scooter. Wo das Ganze auch sinnvoll ist, ist, wenn ihr da eine entsprechende Menge an Solarenergie habt und dann während die Sonne darauf scheint, den E-Scooter da ransteckt. Das wäre auf jeden Fall eine gute Geschichte. Wir können hier 300 Watt abrufen. Das heißt, wir könnten zwei E-Scooter A2 Ampere damit gleichzeitig aktiv aufladen. Dann wären wir so bei 220 Watt. Inklusive Verlustleistung und Co. sprengen wir die 300 Watt nicht weg. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Das heißt, ihr könntet aktiv, während die Sonne auf das Solarpanel scheint und die Energie hier reinbringt, die Energie direkt verwenden, um die E-Scooter aufzuladen. Und wenn ein bisschen Wolkenverschattung und Co. ist, wird er dann entsprechend auf die Energie auf den Akku zurückgreifen. Das heißt, das Gerät wäre quasi nur so ein Pufferspeicher und ihr würdet aktiv die Sonnenenergie nutzen. Das wäre ein Use Case. Wofür ich das Gerät ganz gerne verwende ist, man kann an der Seite, zumindest bei der älteren Generation per USB-C, einfach Powerbanken benutzen, um damit nochmal ein bisschen aktiv unterwegs ein bisschen Druck reinzubringen. Hier haben wir jetzt eine neuere Version vor uns, die Plus-Variante. Da sieht man jetzt ganz gut, da haben wir an der Seite endlich einen XT60-Stecker dran, wie an den LFP-Varianten. Und der ermöglicht uns, mit 12 bis 60 Volt und 8,5 Ampere hier entsprechend das Gerät mit Energie zu versorgen. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich da einfach von älteren E-Scootern mit kleineren Akkus, die so 300 oder 400 Wattstunden groß sind, die sind nicht groß in der Lithium-Welt, die lade ich mir am E-Scooter auf und stecke die unterwegs da dran. Und dann kann ich mir damit so mindestens 70 bis 80 Prozent so der Kapazität nochmal da locker flockig draufdübeln. Also da geht nicht allzu viel bei verloren, allerdings ist durch den Wechselrichter sowieso immer die Sache so, dass hier die meisten Verluste stattfinden. Man kann sich so Adapter bauen, dass man über USB-C oder über die 12 Volt-Dose geht, allerdings limitiert einen das auf 100 Watt beim Aufladen. Ist halt keine schöne Geschichte. Schnelllader hier dran packen würde auch gehen bei einem E-Scooter mit 400 Watt. Mit 400 Watt sage ich schon. Hier würden wir 200 Watt insgesamt in einem Schnelllader mit einem E-Scooter drüber kriegen. Ist allerdings auch nicht wirklich zu empfehlen. Also das ist wirklich, ihr nutzt ein 2 Ampere Ladegerät oder drunter und wollt dann aktiv während der Sonnenphase laden oder habt ein kleines faltbares Solarpanel für unterwegs mit dabei. Dafür ist so ein Gerät gedacht. Oder wenn ihr zu Hause an der Fensterbank ein kleines 50 Watt Solarpanel habt, ladet das Ding tagsüber auf und ihr verbraucht nur, sag ich mal, mit eurem Standard-E-Scooter an einem Standard-Tag 5 oder 10 Kilometer Reichweite, könnt ihr das damit auch abends nachladen und das Gerät ladet sich dann tagsüber einfach auf. Für solche Faktoren wäre das schon okay. Und mit 179 Euro ist das auch ein super Einstieg. Bei so einem 50 Watt Solarpanel, egal wo, das kriegst du so einen Bereich um die 60 Euro. Das heißt, im schlimmsten Fall wärst du so bei 210 Euro und hättest schon so ein kleines Mini-Solar-System, womit du schon immer so 5 oder 10 Kilometer nachladen kannst. Aber das ist halt wirklich eigentlich was, wo ein bisschen mehr Solar dranhängst und tust halt aktiv den E-Scooter während der Sonnenphase aufladen. Interessant finde ich hier die R600. Das ist eine meiner Lieblings-Power-Stations, denn hier kannst du an der Seite das Gerät übertrieben schnell einfach über Wechselstrom direkt aufladen. Also das Gerät ist so fast charging, das würde man sich so ultimativ einem E-Scooter einfach wünschen. Und hier können wir an der Seite auch 12 Ampere bei 12 bis 60 Volt reindrücken. Also was das Unterwegsaufladen angeht, ist richtig geil. Egal ob an einer 12 Volt Batterie, an irgendwelchen E-Scooter-Akkus, Solarpanels oder an sonstigen irgendwelchen DC-Quellen, steckst du da rein, lädt auf. Wenn du unterwegs irgendwo an einer Wechselstromquelle, an einer normalen Haushaltssteckdose rankommst, ist das Gerät binnen, ich glaube, 45 Minuten war das gewesen. Von 20 auf 80 Prozent war das Ding auf jeden Fall in unter 30 Minuten voll, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir gerade nicht sicher. Schaut euch dazu mal ein Video an bei Technology Live. Dazu habe ich dazu ein kleines Video dazu damals gemacht. Aber glaube, da habe ich die gerade erst gekriegt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich diese Powerbank zum Beispiel auch beim E-Scooter-Treffen mit dabei gehabt und zwei zusätzliche E-Scooter-Akkus. Die E-Scooter-Akkus hatte ich mir gedacht, falls wir da keine Stromquelle hatten, hatten wir zum Glück und dann konnte ich die direkt Fast-Charge-mäßig aufladen und den E-Scooter hier drüber direkt aufladen mit meinem Schnellladegerät. Denn das Coole ist, hier können wir 600 Watt ohne Probleme vorne aus den Anschlüssen rauskriegen, aus den Wechselstromanschlüssen. Das bedeutet, hier drüber könnten wir sogar eine Hilde mit ihrem großen 10 Ampere Charger bei 48 Volt halt drüber aufladen. Und das ist schon geil. Oder wir könnten zwei E-Scooter mit den Standard 4 Ampere Schnellladegeräten hier drüber ohne Probleme aufladen. Das Schwierige ist halt nur, hier haben wir auch nur 300 Wattstunden drin. Das heißt, an sich ist dieses System auch nur dazu geeignet, entweder ein wenig Strom nachzuliefern oder halt wirklich zu Hause als Energiespeicher zu dienen, um immer täglich ein bisschen nachzuladen und dann unterwegs diese mitzunehmen, ist nur noch bedingt geeignet, weil die relativ groß und schwer ist. Also die ist wirklich was für den stationären Einsatz. Die ist noch gerade so die Größe, die ihr für unterwegs mitnehmen könnt. Und da dann entsprechend agieren mit einem zusätzlichen Akku, den ihr an der Seite dran packt oder mit Solar halt im Sommer. Ansonsten habt ihr damit so keine Chance. Weil bei dieser LFP-Größe, da sprechen wir schon von Größe und Gewicht, da wird es dann schon unangenehm, um das täglich mitzuschlören. Da brauchen wir dann halt E-Scooter, die irgendwie eine Möglichkeit haben, sowas vernünftig auf so eine Art Gepäckträger drauf zu ermöglichen oder sowas. Aber ihr seht, vom Preis her ist das Ganze schon gut. Ihr seht auch einen Rabattcode, den ihr verwenden könnt. Der ist von meinem Hauptkanal Technology Live. Obwohl ich mir überlegt habe, mal fernweise beide Videos auf beiden Kanälen hochzuladen und einfach mal zu gucken, wie der Algorithmus interagiert und wie der die Videos unterschiedlich pusht aufgrund der Abonnentenanzahl. Das wäre mal ein interessanter Versuch. Ich glaube, das mache ich wahr, dass ich einfach dieses Video einfach mal auf beiden Kanälen hochlafe, weil Tschech React ist ja brandneu. Da kommen ja nur solche Reaction-Videos und auf dem Hauptkanal solche Videos ja nur ab und zu. Aber da habe ich halt super viele Abonnenten schon im Vergleich zu diesem Kanal. Das wäre auf jeden Fall interessant. Darum soll es aber jetzt nicht in diesem Video gehen. Interessant wird es ab dieser Größe hier. Die ist natürlich nur noch etwas für zu Hause. Die ist schon relativ groß, bietet euch aber einen Wechselrichter mit 1800 Watt. Also da könnt ihr ohne Probleme drei Hilde mit Vollpower dran aufladen. Könnt ihr natürlich da nicht voll aufladen, das schafft sie von den Wattstunden her nicht. Aber mit 1800 Watt lässt der Wechselrichter egal welches Schnellladegerät auf jeden Fall zu, dass ihr das nutzen könnt zum Pushen. Das ist auch immer eigentlich eine gute Sache bei diesen Powerstations. Denn generell gilt, wenn der Strom umgewandelt wird von dem Batteriestrom in dem Wechselstrom, also in den haushaltsüblichen Steckdosenstrom, dann ist das immer so, dass die Zeit ein entscheidender Faktor spielt. Das heißt, umso schneller ihr euren E-Scooter aufladet, desto besser ist das eigentlich für die Effizienz. Hört sich komisch an, liegt aber einfach da dran, umso länger das Gerät braucht. Und wenn ihr da, sag ich mal, ein E-Scooter, der 1000 Wattstunden hat und ihr ladet den mit einem 1-Ampere-Charger aus, dann wird der ja übertrieben lange brauchen. Bei 1000 Wattstunden brauchst du halt 10 Stunden, mal locker, flockig und mehr, um das Ding dann aufzuladen. Oder noch länger, ich weiß gerade nicht. Wir haben schon spät, meine Freunde. Auf jeden Fall, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn das Ding nur 2 Stunden im Betrieb ist, statt 10 Stunden im Betrieb, dann ist er vom Eigenverbrauch her wesentlich effizienter. Ich hoffe, man hat das so noch verstanden und ich habe es nicht zu verpeilt ausgedrückt. Auf jeden Fall haben wir hier schon ein Gerät vor uns. Das kostet 700 Euro. Ist allerdings schon dazu in der Lage, E-Scooter mit 800 Wattstunden komplett einmal aufzuladen. Das heißt, dieses Gerät ist schon dazu in der Lage, wenn ihr das tagsüber dazu verwendet, um den Energiespeicher aufzufüllen per Solar, könnt ihr nachts euren E-Scooter dranklemmen. Das Gerät wird dann höchstwahrscheinlich fast leer sein und sich am nächsten Tag über Solar wieder aufladen und ihr könnt den E-Scooter nachladen. Wenn ihr nicht eure ganze Reichweite benötigt, weil ihr nicht euren ganzen 800 Wattstunden Akku leer fahrt, das ist so 60 Kilometer Reichweite ungefähr, hier in der NRW bei 100 Kilogramm, dann ist es natürlich so, dass ihr das System schon sehr effektiv nutzen könnt. Mit 1.152 Wattstunden könnt ihr entsprechend 60 Kilometer Reichweite nachladen in euren E-Scooter und wenn ihr täglich nur 6 oder 10 oder sowas verbraucht, könnt ihr damit natürlich auch sehr viele Tage überbrücken, wo nicht sehr viel Sonneneinstrahlung ist. Falls mal eine Woche regnet oder so, kann es gut sein, dass ihr mit Sonderspeichergröße bereits hinkommt. Und das Coole ist, bei dieser Systemgröße ist es jetzt so, dass es hier bereits so Zusatz-Battery-Packs gibt. Das heißt, falls ihr euch irgendwann mal einen zweiten E-Scooter kauft oder zusätzliche Anwendungen macht oder euch einfach mehr Solar kauft und so weiter und so fort, könnt ihr euch hier solche Zusatzspeicher kaufen. Die haben nochmal dieselbe Größe und damit das System erweitern. Jetzt gibt es von diesen Powerstations für die Heimanwendung noch wesentlich größere. Interessant finde ich zum Beispiel diese Größe hier. Das ist die 3100 Wattstunden Größe und die gibt es dann schon direkt kombiniert mit nochmals größeren Speicherzusätzen. Da habt ihr dann unten direkt so ein Battery-Pack dran. Ihr seht, das geht dann allerdings schon in Preisdimensionen vor, die dann schon keine Spielereien mehr sind, sondern die dann schon Richtung geht, ich will meinen E-Scooter autark betreiben. Aber ihr seht halt, falls es irgendwann mal mit Speicher nicht ausreichen sollte, könnt ihr euch hier so einen einzelnen Speicher einfach holen und den nachrüsten. Interessant. Falls es euch gelingt, mit dem Solarsystem schon sehr gut klar zu kommen und ihr wollt das Ganze dann einfach so krass ausbauen, dass ihr zur Not auch euer ganzes Haushalt damit betreiben könnt, gibt es halt Größendimensionen, die halt ins Unendliche reingehen. Da habt ihr dann hier so einen großen Speicher, der bereits 3,5 Kilowattstunden liefert, plus zusätzlich den Vorteil, dass ihr hier dran so riesengroße Battery-Packs anschließen könnt. Die haben dann jeweils 3 Kilowatt zusätzlich. Und davor könnt ihr, glaube ich, 3 oder 4 Stück zusätzlich kaufen. Das heißt, falls euch das Thema Solar gefällt, könnt ihr wirklich ganz klein anfangen, sowas für ein bisschen während den Sonnenstunden aufladen oder auch für unterwegs für den Rucksack. Coole Sache. Könnt ihr mit mehreren Akkus und Co. nachladen. In dem Fall haben sie mittlerweile sogar, wie ich hier gesehen habe, das Unterwegs-Ladegerät schon hier rein integriert. Das heißt, ihr braucht nur ein Kabel mit Schlörn. Könnt das unterwegs überall nice aufladen. Könnt hier dran irgendwelche Akkus ranklemmen, um hiervon das Ganze zu erhöhen. Und könnt mit 300 Watt Ausgangsleistung auf jeden Fall einen 4 Ampere Charger verwenden. Das ist schon eine coole Sache für unterwegs und ein bisschen Solareinstieg. Wer schon was haben will für zu Hause, was fixes, wo er schon von weiß, der hat hier mit Lithium-Eisenphosphat eine unsterbliche Technik. Auch allerdings ein relativ kleiner Akku. Allerdings kannst du hier schon mit Vollpower laden. Allerdings auch nur zu empfehlen, wenn du halt in den Sonnenstundengrad das Ganze verwendest, damit das Ganze auch eine ordentliche Effektivität sozusagen hat. Aber wirklich nutzhaft wird es halt für mich persönlich in der Klasse, wo wir uns hier befinden. Hier haben wir nämlich die Klasse, womit wir die 800 Wattstunden Scooter und alles drunter aufladen könnten. Zum Beispiel zwei 480 Wattstunden E-Scooter. Oder allerdings, was natürlich interessant ist, ist diese Geschichte. Hier haben wir 1000 Euro, hier haben wir 2500 Watt, können wir also natürlich auch jede beliebige E-Scooter-Schnelllade-Session mit durchziehen, die wir wollen. Hier haben wir allerdings 2016 Wattstunden drin, in einem einzigen Gerät schon. Und das bedeutet, wir könnten hier mit zwei 800 Wattstunden E-Scooter komplett einmal aufladen. Wir könnten damit fast viermal einen 480 Wattstunden E-Scooter aufladen. Wir können damit ohne Probleme die größten E-Scooter-Akkus aufladen. Egal, ob er jetzt ein Elite X besitzt, eine Hilde, ein VX4 GT oder sonstige E-Scooter. Damit könnte er ohne Probleme den E-Scooter einmal komplett aufladen. Selbst wenn er ein langsames Netzteil nutzt und das Ding wie höllelang anbleiben muss. Mit dieser Wattstundenanzahl schafft ihr das ohne Probleme. Das Gute ist, mit dieser Wattstundenanzahl schafft ihr es dann natürlich auch ohne Probleme, falls es zwei, drei Tage mal nicht so gute Sonne gibt oder Sonstiges, dass ihr das Gerät halt so verwenden könnt, dass ihr genug Energiespeicher drin habt. Stellen wir uns vor, ihr nutzt hier ein 600 Wattstunden E-Scooter oder sagen wir mal so die durchaus nutzbare 800 Wattstunden Klasse für 60 Kilometer Reichweite. Da waren wir nämlich vorhin auch schon, da macht es jetzt einfacher. Mit 800 Wattstunden, sagen wir mal mit 900 Wattstunden komplett im Verbrauch und ihr verbraucht nur so sechs bis acht Kilometer am Tag mit dann so ein paar Minuten nachladen. Ich denke mal, ihr werdet euch dann auch entscheiden, Handys und Co. und alles Mögliche daran nachzuladen. Würde ich schon sagen, dass ihr damit ohne Probleme dann so zehn Tage immer so überbrücken könnt. Und das ist dann schon eine Sache, wo es sehr angenehm wird und schon sehr Richtung Autarkie geht. Also das ist auf jeden Fall für egal welche E-Scooter du hast oder wenn du unterschiedliche E-Scooter hast, genau das Richtige für dich. Was jetzt die Solarpanels angeht, da könnt ihr im Prinzip ja alles Mögliche dranhängen, was ihr wollt. Ihr müsst ja nur die Voltzahl einhalten. Was ich ganz cool finde, sind diese Dinger hier. Die nutze ich auch mittlerweile. Das sind so flexible Solarpaneele, die habe ich mir draußen einfach am Fenster dran gehangen und fertig. Was man natürlich auch machen kann, ist für unterwegs, für die kleineren Sachen sind solche Taschen hier. Die sind ganz cool, die sind allerdings auch nicht so günstig. Also da müsst ihr schon Festivalgänger sein und Co., damit sich das lohnt. Wovon ich ein riesengroßer Fan bin, sind diese Taschen. Damit hatte ich schon E-Scooter-Touren gehabt, wo wir die mitgeschleckt haben, inklusive Powerstation und Co. und dann halt Zelten waren. Ich muss mal gucken, ob wir sowas für YouTube irgendwann mal aufnehmen. Ist eigentlich immer eine coole Geschichte, wenn wir das gebracht haben. Weil diese Powerstation im Generellen, muss euch halt bewusst sein, weil die könnt ihr halt nicht nur für den E-Scooter verwenden, um da irgendwie Reichweite zu Hause unterwegs oder sonstiges drauf zu kriegen. Ihr könnt die benutzen, wenn ihr am Kanal chillt, wenn ihr irgendwo am Camping seid oder sonstige Sachen macht. Ihr habt damit immer für alle Geräte, die ihr irgendwie unterwegs nutzen sollt, auf jeden Fall die ausreichende Menge an Strom. Und das ist ja hieran auch immer sehr einfach zu erkennen. Die erste Zahl gibt immer an, wie viel Watt die Ausgangsleistung von dem Wechselstrom ist. Das heißt, hieran könnt ihr sehen, wie krass die Geräte sein können, die ihr anschließen könnt. Und hier rechts seht ihr einfach die Wattstunden, die die entsprechenden Geräte haben. Das Ganze ist sehr übersichtlich gestaltet, sehr einfach gemacht. Ich packe euch einen Link unten in die Videobeschreibung mit rein, da könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne rein in die Kommentare. Ich werde die Tage entweder auf Retested oder auf Technology Live auf jeden Fall nochmal ein bisschen was dazu sagen. Denn das Thema Solar muss wirklich nichts Kompliziertes sein. Und gerade diese Powerstations machen es so einfach, weil man nicht wie früher alles einzeln kaufen musste. Du musstest den Akku einzeln kaufen, du musstest den Wechselrichter einzeln kaufen, du musstest hier die Adapter für USB einzeln kaufen, die Auflademöglichkeiten und so alles einzeln kaufen, alles konfigurieren und Co. Und hier hast du alles einfach Plug and Play in einem Gerät integriert und das kannst du überall mit hinschlören, dies, das. Du hast im Stromausfall den Vorteil, du kannst alle deine Geräte wie Kühlschränke und Co. einfach weiter betreiben. Damit kannst du ja gerade hier mit solchen großen Powerstations ja teilweise den ganzen Tag mit solchen Geräten interagieren. Und das ist wirklich eine coole Geschichte. Viele Einwendungsfälle, sage ich euch, wie es ist, fallen euch jetzt noch gar nicht ein, wo ihr sowas verwenden könnt. Also das ist wirklich nicht nur was für aktive Camper oder sowas, sondern das ist wirklich was für Leute zu Hause, die keine große Solaranlage sich kaufen können, die ein bisschen ins Solarthema einsteigen wollen. Und ganz klar sollte wirklich sein, damit könnt ihr kein Grünzweig in eurer, ja in eurem Portemonnaie irgendwie großartig erwirtschaften. Das Ganze kostet eine Menge Geld. Mittlerweile ist das Ganze schon relativ günstig geworden, weil die Akkus relativ günstig geworden sind. Allerdings, bis ihr da, sage ich mal, eine Amortisierung reinkriegt, weil ihr statt Steckdosenstrom den Solarstrom aus den Powerstations und Co. verwendet, das Thema könnt ihr knicken. Das dauert sehr, sehr viele Jahre. Aber wofür das auf jeden Fall cool ist, ist, um das Thema Solar kennenzulernen, um unterwegs ein bisschen Strom zu haben, um Notfallstrom zu haben. Ich persönlich lade alle meine kompletten Geräte, alles, was irgendwie ein Akku besitzt mit USB-C und Co., komplett über Solar auf. Das Ganze funktioniert übelst gut. Ich habe das Ganze sogar noch ein bisschen extern kombiniert mit ein paar Zusatzakkus, müsste ich eigentlich auch noch mal ein extra Video zu machen. Aber das Thema Solar kommt auf Technology Live nicht so gut an. Aber Solar ist so groß, dazu wird sich sogar noch ein eigener Kanal lohnen. Allerdings will ich jetzt nicht übertreiben, was das Thema angeht. Ich will es auch nicht zu kompliziert machen. Ich will euch einfach nur so ein bisschen damit vermitteln, es gibt unterschiedliche Anwendungszwecke für diese Powerstations in den unterschiedlichen Größen. Das Ganze ist nicht kompliziert. Schaut auf euer Ladegerät von eurem E-Scooter drauf, wie viel Watt da hinten draufstehen. Da steht meistens entweder die Wattangabe drauf oder Volt mal Ampere. Das rechnet er dann im Taschenrechner dann einfach rein. Dann wisst er, wie viel Watt ihr verbraucht, wenn ihr Volt mal Ampere rechnet. Das seht er dann hier an der ersten Zahl und die zweite Zahl, die könnt ihr dann mit eurem Akku abgleichen. Das ist immer ganz wichtig. Vor allen Dingen ganz wichtig ist auch, dass er das nicht eins zu eins macht. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Vimex VX4 GT habt, der hat 1133 Wattstunden, das hier hat 1152 Wattstunden. Damit kriegt er ein Vimex VX4 GT aber nicht einmal komplett vollgeladen. Denn dieses Gerät hat ein bisschen Verlustleistung, das Ladegerät hat ein bisschen Verlustleistung und beim Speichern ist auch ein bisschen Verlust. Da kommen dann am Ende vielleicht so 900 Wattstunden oder so an. Das heißt, den kriegt er so vielleicht so bis 90% oder sowas aufgeladen. Das heißt, diese Werte nie eins zu eins nehmen, rechnet immer mindestens mit 20% Verlust, was dann schlussendlich am Akku ankommt und dann seid ihr relativ safe. Und mit diesen großen Dingern, wie gesagt, damit habt ihr schon wirklich was, womit ihr im Notfall agieren könnt. Meine Empfehlung, wirklich, die ich euch mitgeben kann, in einfacher Sache, das Ding für unterwegs, wobei ich mit der Plus-Version noch keine Erfahrungen gesammelt habe, aber so wie es hier die Beschriftung aussagen und was man damit machen kann, ist das Ding auf jeden Fall eine gute Sache. Das Teil für unterwegs und für zu Hause, damit ihr nicht irgendwie Zusatzbatterien irgendwann kaufen müsst oder wenn ihr euch einen größeren E-Scooter kaufen würdet, irgendwie upgraden müsst, kauft euch einmal das Ding hier, damit könnt ihr einen E-Scooter, egal welcher Größe, einmal komplett aufladen, habt noch ein bisschen Reserve, falls mal ein bisschen schlechte Wettertage da sind. Es gibt gewisse Möglichkeiten, wie man auch nicht diese Batterien nutzen muss, sondern dann so 12 Volt LFP-Akkus nutzen kann, macht es aber ein bisschen komplizierter und umständlicher, falls ihr es dann einfach haben wollt, weil ihr euch zum Beispiel einen zweiten E-Scooter kauft oder mehr Solar habt und das Ganze ausbauen wollt, einfach hier so einen zweiten Akku mit dazukaufen, über ein Kabel verbinden und das war's. Also Solar kriegt wirklich heutzutage jeder einfach hin und das Coole ist, es ist wirklich nicht nur eine Einzelanwendung oder eine Anwendung, wo ihr jetzt vielleicht dran denkt, das wird höchstwahrscheinlich euch so stark anfixen, das Thema, dass wenn ihr damit anfangt, ihr nicht mehr aufhören könnt und irgendwann bei riesengroßen Gewurststellen endet, glaubt es mir. Ich habe damit auch ganz ganz klein angefangen mit ganz kleinen Mini-Sachen und bin immer größer und expandierender geworden und deswegen wird es auch glaube ich mal wieder Zeit für die Solaranlage als Video, auch wenn es nicht viele Views und Klicks bringt, einfach so als Zeitkapseldinge, um das Ding zu speichern und das Video werde ich auf jeden Fall auf beiden Kanälen hochladen, einfach um zu gucken, wie es skaliert. Das machen wir so. Rabattcode ist in der Videobeschreibung, wie gesagt, falls ihr Fragen, Gedanken, Anregungen habt, schreibt gerne alles unten rein. Für mich wird es jetzt auf jeden Fall Zeit, erstmal ein bisschen schlafen zu gehen. Ich hoffe, das Video wird so fertig, dass ich es euch am Samstag noch hochladen kann. Ich glaube, so lange bleibe ich noch wach, bis das alles fertig ist und dann schaue ich mir heute Abend an, wie das Video hier skaliert ist. Entschuldige bitte, dass auch in den letzten Tagen keine Videos rauskamen. Ich hatte an einem Tag Geburtstag gehabt und bin danach ein bisschen ausgefallen, aber es ist auch eine andere Story. Müssen wir mal gucken, wie oft wir in Zukunft hier auf den Kanälen solche Storys nebenbei mitbringen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage an der Stelle, drive long, feel free, da man es auf jeden Fall auf Technology Live sieht und falls ihr es hier auf Tech React seht, sage ich, nicht gecheckt, schaut Tech React, danke an Bernd, korrekter Spruch. Ich sage an der Stelle, macht es gut, Kanäle abonniert. Für mich wird es auf jeden Fall Zeit, schlafen zu gehen, aber ich muss das Video erst schneiden. Aber man, abonniert rein in die Kanäle. Wir wollen dieses Jahr am besten noch die Zehntausender Marke bei Technology Live packen, vielleicht die Tausender Marke bei Tech React. Wäre super cool. Abonniert überall mit rein, gibt es überall interessanten Content. Ganze wird stetig weiter ausgebaut und jetzt ist es auf jeden Fall gut mit diesen Videos. Die Videos sprengen hier so langsam, nämlich immer alles geil. Dementsprechend, macht es gut, meine Freunde. das und die